natürlich versuchen wir auch weiterhin euch die günstigsten artikel zu beschaffen von unseren lieferanten auch weiterhin günstig zu bleiben trotz der ganzen energiekosten die ja ständig steigen wir behalten unser sortiment bei wir beliefern euch natürlich wie gewohnt zu den konditionen sollte sich natürlich etwas ganz extrem erhöhen müssen wir auch das leider weitergeben aber wir versuchen natürlich wie gehabt für euch immer die günstigsten konditionen bereitzustellen und hoffen euch damit super entgegen zu kommen gerade in der heutigen aktuellen situation ja schaut vorbei auf bastelposten.de wir begeistern euch immer wieder mit tollen artikeln sowie ständig wechselnden sortiment standardartikel natürlich die ihr immer wieder kaufen können und aktuellen aktionen wie gutscheine rabatte oder versandkosten frei schaut vorbei auf bastelposten.de und lasst euch absolut von dem sortiment begeistern abonniere 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 abonniere